Oh ich bin Kämpfer gegen ein Schämpchen Schämpchen Scha... Scha... Was ist denn? Weil er auch über die ist tot! Ja, schon klar. Ah, ich lebe doch! Ah, ich bin da wo gerade 40 Leute sind. Weil deren... weil das grüne Teil, was so nah bei uns ist. Sternen liegt zacken scharf. Komm mal ab! Morda Kurte, ne? Er muss auch kämpfen. Und Schick treffen. Du haust auch ein Tor drauf. Nö, ich hab auch ein Kämpchen drauf. Okay, dann bist du irgendwo vollkommen anders als ich. Na, das ist doch gut. Was? Jaaaa... Ich hab den Wichser verfehlt. Aber nicht alleine. Oh doch. Mach den mit 3 Heaps Down. Jaaaa... Wir haben also von mal... EP bekommen. Ich glaub ich einfach mit diesen 50 Leuten hier drin. Ich hab aber... Mann... Mann... Mann, du... So sind die Leute ja nicht alle rot. Jaaaa... Jaaaa... Weil... Zartel nur auch rot. Das ist ja mittlerweile. Aber jetzt sind die nicht mehr alle rot. Das geht ja noch nicht durch bei dem Spiel. Ich hab dir voll und ganz durch bei Chips Geschmack angehen. Jaaaa... Ich hab grad Barbecue... Ich hab grad Barbecue... Ich hab grad Barbecue... weil nicht immer r Bitcoin verdient... Ich hab grad wrestling�� verkauft. Also gehen die Aufnahmung. Und IRAG sein muss racke!!! Sequest Und auf einem neuer Ort paying. das ist und wieder geht ein Camping wo bist du Campingon leitender Oga Ingenieur doch kein klar wo du bist die Grüne Burg ein was für Grüne Burg auf der Metz ist der Grüne Burg in der Mitte feinlich oder guck auf die Map Marius um mehr bei Bürofest ganz links das ist unsere Festung ja jetzt er wird er genommen vor zehn Sekunden ok also laufen da auch 50 Leute rum ja ja mindestens ja hier oben bei mir auch weil ich zähle ja gerade nicht nach aber hier ist kein Kommandor alles für den Punkt und ja 8000 Leben verloren ja wenn die da runter springen ich bin da auch ja wie war das das zieht prozentual oder Prozent Prozent Kölner Kölner glaub schon auch auch so ja er hat nur noch Höhler die die irgendwo auch komplett Prozent irgendwo wieder links bei der Grün kann die Map nicht größer machen weil ich mit einer Begründung bei den zwei Händen in der Schiff zu gehen ja das wird 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 das auch und war kaputt er auch 427 im Amt von den Amt von Prozent 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 ich kenne den Wort mit Prozent Prozent Ramborg von Prozent 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 der Parkplatz jemanden ein Spielberg ab der spielte mich einer so kommt mehr über uns war auch mehr lange er wird in Knochen erlauben drei Jahre engl dafür steht die Ehe in Karte ich schreibe auch nur bis jetzt wieder immer noch an dem Vorhaben ähm Steinblick Schatten starten Nein! Doch! Ist gut! Na bei mir ist das viel Geh, der hat mir voll backen Aber wenn ihr alle drauf hauen, denkt ihr, Alter, du den Backkant Wir hauen nicht alle drauf, um diese Scheiße da aufzuhören Doch, die haben wir vor fünf Minuten eingeloggt Ja, vielleicht wird das ja wieder zurück eingeloggt Nicht so schnell Weiner an Warte, seit ich ein letztes Auto im Mapchat gelesen hast Ach, da, ne, Mapchat, ist Mapchat tiefrot? Ja After this, Wackchat Aha Ach, scheiße Nein! Kann ich ja auch andere Spieler finden Klar Cool, hab ich noch nie Ja Auf jeden Fall, die Leute hier immer jetzt noch sagen Ja Da gibt ja immer richtig geil hier äh Ding Ja 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 Nee 22 Ja 23 Prozent 23 Ehren abzeichen Was kann ich damit? 500 Euro für Geld, der Ort Oh, ich glaub ich, 100 müsste ich schon haben, ich hab vielleicht schon öfter mal so welche, wo sehe ich das? Äh, aus H und dann auch Geldwerke um nun ihr Geld werden Anna 280 die Treiben Bayern auch kaum mehr um Ostfels ja auch dann muss vorbeigehen also zur Kommandierung und bescheuert ein Kommandor ja die im da gehen das wo man es ja in Polen mit ihnen gewöhnt mit Pro ja lecker wir kommen so Fallen aus dem Boden machen die Dämmel wahrscheinlich soll ich mal ausprobieren wie heißen denn andere Spieler haben die richtige Namen oder haben die Veteranen die heißen irgendwie Champions Plünderer oder sowas aber auf jeden Fall roten Namen Können die auch Veteran heißen Nein also nicht nur Wetter ja aber wenn du empfindest der wird die Schuppe ja ich wurde schon öfter mal vom Grunde was gekillt war sehr eigenwillig gekämpft ich wusste nicht ob das ein Mob sein sollte auf jeden Fall jetzt sind wir gerade alle um ja wir laufen da waren gerade 20 so rote Punkte aber ich weiß nicht 20 nur ja ich weiß nicht ob das Mops waren oder nie äh 20 sind da wohl eher Spieler okay ja das ist der Grunde Alkohol Elementar die uns Prozent verrecke gerade an den Chips ich werde irgendwann aber ich will auch nicht mehr und viel haben junger Farmhund. Ich möchte auch so ein junger Farmhund haben. Wie viele Leute seid ihr da? Reichlich. Wieso? Weil ich kann dir hier irgendwie auf Rand der Nebel beitreten machen. Ich weiß zwar nicht, was da anders ist. Ja, dann treten wir mal bei. Oh, ich baue. Ich baue. Ich baue. Weil da gibt 8 XP. Weißt du grad, wo ich bin? Äh, ne. Doch, weiß ich. Musst du soweit weg sein. Ist das bei dir auch grün? Äh, keine Ahnung. Ich glaub, wir waren grad echt eh, wir waren. Oh, tägliche Tötungen. Ja, das ist grün. Ich komme. Jetzt sollst du mal ein Punkt aber auch dauernd beim Luftschiff sehen. Ja, sieh auch. Soll ich ihn gerade eben gesehen? Ich hab keine Ahnung, ich bin doch zugleichen mehr. Ich hab die ganze Zeit wieder alle. Ich hab an den Punkt aber auch da drinnen. Gleich schon Level 23. 20 meine Güte dank das Tor aber die Verständnis verliebt ich will nie wieder abholen worden grünen Vogel so oder grüne Vogel für mich der grüne Vogel macht ja auch ich will hier nicht um ja und wurde angeboten Torel und Bogen alles nur weil ich so geil Eigenschaft freigeschaltet die Kiel immer freigeschaltet taktischer Rückzug scheiniger Arbeit jetzt Prozent aber ganz schnell du warst abkackt er auch eröffnet und 30 40 Leute gehen nicht alleine da muss man schaffen neuer es nicht werden ich bin 40 und schaffst du niemals und ich kluge mich ein dazu noch so viele Läge der Sohn da bei den zehn Minuten der Wunschung aber gegen fünf auch nicht 2 wenn du Glück hast also in Chaya war das echt ein bisschen einfacher nein Chaya kostete so eine Brüste aber auch High End naja könnte durch mich durch Literan, Kodan, Sturmangreifer oder so, ist das ein Spieler? nein warum erkenne ich denn den Spieler? äh wenn die eben so ein Peck hinter ihren Nahten haben wenn die Fluss landen oder Millersund heißen glaube ich jedenfalls ficken wir jetzt gerade blau ja ich versuche irgendwie zu kommen wir haben jetzt grün genug gefickt jetzt ficken wir blau so ich bin also mir fehlt noch 38 Erfahrung wenn bin ich jetzt endlich länger das ist bitte wir haben ja da wieder ein Champignon das ist irgendwie so ein cooler Eisbär ah der Eisbär, der Eisbär, der Eisbär ich bin tot, der Eisbär hat mir 17.000 gemacht hat ein guter Eisbär ja ich halte ich halte, der Eisbär korrig gütig bleib ich wurde geheilt einfach den Segen ja kommt ich habe gar nicht für den Eisbär an EP bekommen ich höre schon ich bin leichter ich bin von ja ich bin jetzt endlich High-End-Level 3.20 boah 3.20 3.20 ist kurz vor High-End ja auf jeden Fall ja auch die Hälften Kommandos auch voll gut was bringt er denn? ja, wir wollen sehen, wo ihr seid ja, wenn er dann nichts bringt, dann ist er ja ziemlich unten so lang wir hier drauf, überhaupt nicht mehr bei ihm jo ja ja Das ist ein Wettbewerb. wieder ziemlich genau rechtzeitig ja, ich bin sofort kaputt mit dem ich bin ich bin ich hier ein bisschen das so gut und das ja auch sehr gut bei die schaffte ihnen alles in der Gruppe für die Vorbilder ja aber das ist nicht so richtig oder so immer nur fünf gegen fünf oder so allein 4 hier er hat ich habe neun und acht manche Leute sind ja ich doch nicht so groß und ich bin großen Charakter der Geburten Prozent und es geht auch wenn er so extrem nur Augen hier in Unterzahl ich hab schon 3 von 5 tägliche Kacke 6 von 5 6 von 5 haben Kürtler wir sind bevor die Matches gespielt habe ich und hat Marikin das bleibt nicht ich mache immer nur Tötungen Kürtel und was sind laufen ja wo es kommt alle oben an der Kaffee sind auch neben der Karte ich hab ja auch das war ein wieder runtergefallen und mit in die Fähigkeit auf ich glaube es ist nicht oben er hat die Karte ein ich habe gehört trotzdem was mehr das ist nicht und nur weil mich der komische Bär das ist runtergefließt die vorbeikommen so das die vor bringen was das auch das oder einer reichert einer mann dann oder um gibt es ja keine Flinke 2 aber nicht wie eine Stiefel machen kann nur dafür gibt es die Box aus weil er aber nicht dauerhaft an in meinen vor Ort alles ist der die Züge in 2 das ist auch wichtig muss ich gleich mal machen wenn ich wieder mal gestorben bin er hat noch größer gehen Scherz-Kreuz Prozent St schon gut ab 4 und kann er sammeln dann wird er auch ich werde angebildet und dann haben wir uns anwesend wird wenn man gar nicht mein täglichen Sammler mit die Tatsache nicht ich habe nur wenn ich hier in den Steine abholen ich bin doch alles auf uns ja ich habe mich gut kommen jetzt auch das war auch gut in der Stelle einer der ersten Lernstuhr auch und immer weil der Einzelner wie in der Hinsicht ich habe sowieso Prozent und ich werde sich ja mal dass er keine Fremden nur wenn sie sich der Karte immer wieder ab wenn ich den Typen sehen die kleinen immer mehr zu damit sollte er hat falsche Aussprache er sei nicht so liebenswürdig ich baue ja nein das weiterer drinnen hat wieder verlassen Prozent soll ich mal schreiben und schreibt euch weil die Linie alle englisch und praktisch der deutschen Teil die deutscher reichen Reise noch? Ja. Freut euch! Wollen die Leute ihre Singen jetzt gar nicht verteidigen? Nö. Für das. Ja, keine Ahnung. Was bringt uns das hier eigentlich außer EP und sowas, wenn wir das hier einnehmen? Äh. Keine Ahnung. Ich glaub du kriegst da... ...hier so... ...verbesser uns. Keine Ahnung. Sehr geil. Was gibt's hier noch für Wehren? Relikte, mir fehlen noch so viel. Ich bin schon... ...wenn sie 23 verwendet. Geht nicht höher als 23. Nein, die werden da auch nach vorne. Ich verliegere Leben, ich verliegere Leben! Ah, von mir! Oh, von mir! Oh, von mir! Oh, oh, wie ich direkt hin bin! Alles sind Spieler, oder? Ja, weil es jetzt nicht viel aussehen. Ja, ja, sowas habe ich schon mal gesehen, so wie wir das sind. Ja, der Bock ist mühkt. Äh, was bohr ich denn jetzt? Kann ich auch woanders bohnen, ne? Nein. Auf der 6 FB, das hab ich so gesehen. Habe ich auch, wenn da so viele Leute ankommt. Ja, hab ich sonst nie, ey! Okay. Ja, was ich heute schon mal immer, wenn da so... ...so, weiß nicht, von uns 50, von den 50, dann haut da jeder irgendwie seine Fähigkeiten raus. Jetzt ist gar nichts, ne? Ah, so geil. Ah, jetzt hab ich ihn auf 12 hoch, alles auf mich nicht bestellt. Ja, geil! 12 FPS? Ja, ich nehm aber ja noch Aufer. Ja, okay. Und dafür brauch ich einfach nur meinen, so einen geilen Highend-PC. Ja, aber hab ich kein Geld mehr. Ich auch nicht, ich krieg wahrscheinlich... Bis Weihnachten hab ich wahrscheinlich nur höchstens 500 Euro zusammen. Oh. Und so 650 brauch ich. Das war bei Facebook-Fragen. Die haben meistens Jobs. Ja. Ja, da ist so eine Gruppe, wie sind Sandler. Und die... Kannst du noch fragen auf den Job-Sandler. Ja, habe ich die Map hier legt? Mein Gott. Ja, wie einfach runterfallen, wie ich direkt tot bin. Ja. Ja. Mal mal. Was sind denn Ferien-Drop, oder was? Ja. Geil. Muss ich mal gucken. Muss auch machen, Ferien-Drop. Ja, kann man irgendwie ja zusammen machen. Ja, gucken, wo zwei hochqualifizierte Leute gesucht werden. Ja, was ist denn das für den Scheiß? Ja, was ist denn das für den Scheiß? Ja, ich hab ja... Qualifikation für das Gymnasium. Das heißt, ich bin schon gehen. Ja, aber... Ich fühle mich stark. Und kriegst du irgendwie eine 5 auf dem Zeugnis? Nein. Ich bin schon gehen. Ja, aber... Ich fühle mich stark. Ja. 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 Ich weiß nicht, vielleicht mal jemand falsch, aber ich werde einfach nicht. Au. Hat Olli ne Eins? Ja. Du, ich scheiße. Glaubst du... Worin hat denn er eins? Für jeden Fall latein-mündlich. Ich bin... Ich reißen irgendwelche Vögel an! Hahaha. Was? Und wie sind denn denn? Ich komm da unglaublich nicht runter, oder? Wenn ich jetzt hier runter springe. schonvolvendlich... Du bist nun da runter las villtzen. Mit einem Schatten anzurichten. Ah! Jetzt wirst du reißen richtig? Oh, da bin ich noch reichlich! Gut, dass du nicht runter im Sprung bin! Ich bin die kartinale Mak��이, der mich noch nicht Behinderten booming, die blockchain�enseite gelten kann man braucht." Ich bin die zahlreich hein. Fd... Also bremst Sie!" Ja. itchens вам! Ich bin also reißsinnig. Du kennst uns diesmal ohne Fre 것은, Ich bin einfach nur da bis z 없ige ein Beispiel, Prozent 19 Prozent war er hat er Elkirchen was auch bei sie sind ein bisschen mehr als die Erachter werden wir auch alle wählen wir werden jetzt auch weg wir werden schluss an die dort sind da ich habe auch wenn ich nicht reden im Jahr aber auch bei dem Weg er hat schon immer ein guter Weg m bei den Bauer um ich bin tot ich bin tot wie ich bin tot auch auf der Klinik die Vorlieferung Prozent nachdem ist der Karten Prozent ich bin ich tot genau taktischer selbst ob ich hatte ich in aufgarten mit dem Land zu so selbst vor bei mehr mehr will ich denn da wo sind die spieler entgegen den veteranen ober hätten ihr wohl gefehlt der oberste ich bin komisch um aber ich habe gerade sein beim hohen wer sein augen die spieler von einer menschen scheiß und ich hab doch auch die jahre absteht und mehr ohr gerade immer noch mehr die erachteten dies gilt für das spiel ich merke erinnert der Weg hier ich sage nur dass der Überfluss-Ansgillen muss ich nicht zufrieden werden und ich habe gerade 24.000 Leben die Leute die Zeit der 12.000 also ich habe ergeben wer war schon ich habe irgendwie gerade wieder nur 18 FPS, hab ich mir gefallen. Hast du mich gesehen, wo ich da runtergesprungen bin? Ja, hab ich. Ich stehe hier gerade so, guck mal, wie geil ich bin. Wie kacke du bist. Aha. Guck mal, guck mal, dich an. Guck mal, deine geile Rushi. Ja, ja. Kommt noch zwei Schritte rückwärts, zwei Schritte, ja, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, ne, sechs, sieben, acht, neun, zehn, na, ich dachte, ich kann da wieder so hoch sprechen. Nein, kannst du nicht. Ach ja. Ah, meine Rushi ist schon wieder kaputt. Komm mal, hab ich so scheiße, ein Reptile, kostet dein Leben. Hab ich doch gemacht. Ich habe mich schon gewundert, ob das die war. Kosting verliert nämlich nie Geld, wenn ich die irgendwie reparieren darf. Ich hab gerade wieder 27.000 Leben. Kommt noch einmal, also mal mehr Leben, ey. Keine Ahnung. Vielleicht hab ich irgendwie so einen Buff oder so. Jetzt sind wir nur noch 12.000. Gibt irgendwie einen Lebens-Buff. Wann ist das? Ja, dann war ich ja auch nicht. Doch, du, 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 du. Ja, ich komm auch, ich schlau auch einfach die ganzen XP. Okay, mach das. Ich bin so ein Parasit. jetzt sind die auch zu vier Euro vor uns auch wie man nicht gerade noch zu 80 oder so entweder und so oder werden wir alle gekehren sind so gut wahrscheinlich hat nicht alles zu gut weil ihr rennt irgendwie nur mit 20 Leuten rum oder drei Stunden wie mein weiter naa an tägliche Rettungswissen da er ist das gleiche oder nicht schon genau so wie wir haben die Glocken und können Stil und Lacken wer hat Laufheit begleiten und nur wenn die Gegner bei mir ist er immer es geht nachdem ich leider nicht ich habe nie nach dem das sind Spieler und so klar war aber auch so gut so 1 auf und wieder muss ich weg k auto r die wälder spiel wo und ja bloß für 10 läuft doch hier die Was ist das? Ja. So. So bin ich ja schon wieder tot. Weil wir uns überrannt haben. Ich hab dir den taktischen Selbstvorfall gehabt. Ihr könnt auch wieder nix. Ne. Sagt der Level 23er. Wie bringt man sich denn selber um? Einfach da runterspringen. Ach so, hab ich am besten gern. Ja. Also ich mach's ja traktisch. So, ihr bei mir auch. Ja, ja. Man muss praktisch gut überlegte Sachen. Ich hab übrigens mein neuestes Feldball. Ja, das tut aber was rein. Ah. Tu das Schwert da rein. Das macht mehr Schaden als der Hammer. Schon klar. Bist du sicher, dass das so klar ist? Ja. 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 Wieso kann ich hin jetzt nicht? Guter. Ich war ganz schön in der Läden. Ich war ganz schön in der Läden. Ja. Ich war ganz schön in der Läden. Ja, der Teil kommt noch. Ich hör da gerade irgendwie nicht mehr. Ja, aber irgendwie so 25 Punkte ist das nicht gern. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was diese Punkte können, aber ja. Ja, das sagt nicht viel hier Obertaussend. 25 Punkte. Ja, guck mal, wie viel die andere haben. Also haben wir 25 Prozent. Nein. Wie viele Punkte gibt denn insgesamt? Äh, doch 225. Ja. Wir haben 25 Punkte. Ach. Ach. Also gar nix wär 0. Ja, da ist ein Spieler. Da kill den noch. Ja. 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 So. Du Hohrensohn mein Schwerst. Aaaaah. Jetzt figg ich dich. Jetzt figg ich, wieso ist denn unverwundbar? Oh Gott, der Skill hat! Du bist tot. Oh, du bist tot. Ja, nein. Der killt mich sogar noch. Was machst du denn da, ey? Der is kaum noch Leben. Der is kaum noch Leben und killt mich. Oh, ich leb noch. Ich leb noch. 8 ich habe mich oder es wäre zu viel Spiel der Spieler ganz klar ich glaube ich bin irgendwie falsch ich habe ich gerade ein Kind zu beigetragen Nr. Köln für den Spiegel ja das auch schon der Echtur und Sturz A1 2.1 die Siegersand und Städte er ist so wie Ich hab dafür wieder nichts bekommen, was soll das denn? Ah, aber hierfür hab ich 1000 XP bekommen. Ich dachte, er steht 10.000. Das wär aber gar nicht echt zu schön gewesen. Oh, guck mal, da sind wieder Spieler. Ja, wir sind da mal. Attacke, voll drauf. Ich geh einfach hinten und warte. Ich geh voll rein. Voll nur. Ich geh an die Front. Oh, ja. Die hinten stehen so 10 Leute. Das sind richtig geil. Und Bartler. Ja, ihr seid scheiße. Ich ruf jeden jemand an. Das war so ein Oli. War mutig auch gerade. Ich fick den jetzt. Uh, wieso blockt der denn alles? Ja. Na, nicht irgendein. Ich hab's nicht gespielt. Hat doch immer neig gehabt so nix. Wieso nicht? Ich weiß nicht, aber was hat er gesagt? Weil sie hab ich nen Spieler fit. Nein, du kürzt kannst du. Ich hab's nicht getort. Ah. Du Huan so nu, du Lappen. Du, du. Nein! Was? Ich dachte, die hat ne Kuh auf mich geschmissen. Nein, das ist ein Todesstoß. Das war ne Kuh. Ja, der Kuh Todesstoß. Das war eindeutig ne Kuh. Ja, das war gut. Der Latten hat mich angerufen. Ja, das ist abgelehnt oder halt. Ich hab gar nix gemacht. Ja, das probiert doch noch mal. Nein. Er spielt jetzt Payday 2 in deinem Beileid. Ich zocke gilt Ross 2. Boah. Zwieg dir da rein. 4.999 von 5.000 Welterfahrungspunkte. Oh, siehst du das dann? Oben an der blauen Leiste. Nein! Warum ist so sch... Nein! Also warte, an welcher blauen Leiste sehe ich was und wozu trägt das bei? Und ganz oben bei der Welterfahrung. Ja, 1.533 von 5.000. Ja, da habe ich 4.999 von 5.000. Ja, bist du dann irgendwie Level up oder so, wenn du die voll hast? Bist du dann Level 1 oder Level 2? Ich bin... Ich bin ich fan. Level 10, dann Level 11. Wo sehe ich denn mein Level? Auf B und dann dann umfassend. Welches unterst du denn? Ja, da an der Seite links. A6. Nächster Titel bei Rang 10. Wie, du bist schon 6. Ja, ich kann dir auch irgendwas killen. Ich kann dir irgendwelche Punkte vergeben. Rang 6, Doppelpunkt, Angreifer. Taktischer Selbstwort. Ja. Ach. 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 Ach, das ist alles schön auf Video. Und wenn ich mir das alles angucken, ob das alles wirklich taktischer Selbstmord war. Ich stehe hier. Warte, dass sie kommen, dann mache ich noch einen Schritt zurück. Geil. Ja. Das ist taktischer Selbstmord. Kennst du nicht von. Oh doch. In der See bringen wir mich auch noch mal taktisch selber um. Ja. Ja. Ja, ich schmeiß mir einfach von der Schule, wo ich keinen Bock mehr habe. Taktischer Rückspruch. Ja. Allerwerd. Aber wir müssen mal singen wollen, wir müssen mal der Siener Kopfhörer zu verdienen. Ja, also zu fünschen. Ja, monatlich ist weh gegen Weh, ich hab immer noch mehr getrun. Ich will schon wieder tot. Wir gehören nicht fallshäme in dem Spiel. Kann ich wieder, kann ich wieder? Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Kann ich, kann ich. Ich kann gar nichts. jetzt aber ich habe wieder Willen ich glaube ich glaube ich habe ich gedacht damit hat er eine wiedersehende nein ich wollte gerade selbst vor ich kann mir gar nichts machen ich bin einfach Dauer abrufen nur auf der Taktik wieder wieder zu hoch kommen er macht auch kein Spaß und wir haben einfach keine XP mehr bekommen Ich geh jetzt, glaub ich, mal wieder eben geschnappt, Alter. Nach dem Takt des Nails war ich. Ich kann mich da hin mit B drücken. Ja.